Hier brodelt es richtig. Ja, hier ist aber Nulleraber, also wirklich weitergehen tut es ja auch nicht. Okay. Naja, da hinten ist noch ein bisschen Eisen, aber das abbauen dürfte sich jetzt... Aber vielleicht finden wir hier im Umfeld noch Diamanten. Wie komme ich hier wieder hoch? Oh, ich habe was gefunden. Emerald. Also außer gar nicht. Äh, gar nicht. Ja, muss dich graben. Hast du irgendwelche Hilfs? Ja, pass auf, ich buddel mich gerade von unten nach oben. Nicht, dass ich dir gerade irgendwie den Boden unter den Füßen weggrabe. Ja, das... Hallo. Da ist noch ein Smaragd. Nimm den mal, mein Inventar ist voll. Uh. Oh. Smaragde, Smaragde. Yeah. So, jetzt kommen wir hier auch wieder hoch. Okay, also müssen wir jetzt den nächsten Nebengang erforschen, ne? Ich geh mal hier hinten weiter. Ich hätte ja noch ein bisschen um die Lava gegraben. Okay, dann buddelst du da weiter und ich guck, was hier ist. Okay, aber entferne dich nicht zu weit. Aber nicht zu weit weggehen, kleinen Simi. Oh Mann. Also mach ich jetzt hier die Lava zu. Die nervt ja furchterlich. So. Ja, pass auf, ne? Die leuchtet eigentlich ziemlich gut aus. Ja, aber die ist gerade mitten im Weg. Ich seh nix. Also, ich seh schon was, aber ich kann nicht durch. Das ist das Problem. Okay. Ich könnte ja mal luken, ob wir eigentlich tief genug sind. Ich denke aber doch... Ja, super. Eisen verbrannt. Weil ich dachte, ich hält, zieh das Ding an oder schon wieder. Nein, ich lass es lieber. Hab's doch gesagt. Oh, schon wieder ein Smaragd. Oh Mann. Wie sagst du so Glück mit Smaragden? Weil ich dafür auch öfter sterbe. Du bist erst einmal gestorben. So schlecht bist du nicht. Ja, öfter als du. Öfter als du. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, ob ich in meiner Vanilla-Welt schon jemals gestorben bin. Das siehst du. Okay, also da hinten ist auch noch mal ne Sackgasse, aber ich buddel mal ein bisschen weiter. Ja. Ach, Mensch. Nach unten, ne? Ist wahrscheinlich das beste. Ja, je tiefer du kommst, desto wahrscheinlicher ist es. Ja. Was suchen wir überhaupt? In welche Richtung bist du jetzt gegangen? Am Wasser? Ja, ja, da wo ich letztens, äh, so vorhin, äh, letztens, vor zwei Minuten, herausgeschwommen kam. Oh, ich fahr Hunger gerade. Moment. Ach, ja, Mensch. So. Ich hätte mehr Spitzhacken machen sollen. Hm, ja. Kann man auch Smaragd Spitzhacken machen? So. Äh, ne, das ist, ich glaub, soweit ich weiß, das ist nur ne Handelswährung für die, ähm, für die Dörfer. Genau. Hoch. Ich hab mir jetzt hier wieder nach oben gegraben. Was? Ich geb mir die ganze Zeit Mühe, mich nach unten zu buddeln und du grebst dich einfach wieder hoch? Das gibt's doch nicht. Ja, aber hier ist noch Eisen, das sollten wir mitnehmen. Also eigentlich sind wir ja wegen Eisen hier. Ach so. Ja. Nicht wegen Swaragden. Ich hab fast einen vollen Stack. Oh, ich hab einen Feuerstein gefunden. Und meine erste Spitzhacke ist kaputt. Und ich hab noch die Dioranspitzhacke, soll ich die jetzt trotzdem benutzen? Ja, dann mach die kaputt, die ist ja schon ziemlich angeschlagen. Ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung du bist. Naja, hier? Warte. Ich bin noch da, äh, an dem Wasser, an der Lava. An dem Wasser, an der Lava? Ich seh deinen Namen, brauchst nicht weiter, komm ich. Ja, hier bin ich doch. Du stehst doch hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Also wirklich. Ich hab mich grad da lang geschlängelt. Da muss man sich nicht schlängeln, da muss man schwimmen. Unglaublich. Wahnsinn. Siehst du was für eine wundervolle Treppe in die Tiefe ich gebaut habe? Ja, ja, mach du mal. Ähm. Ach, liebevoll wie immer. Ja, so bin ich. Ähm. Ich bin sehr liebevoll zu meinen Gästen. Hm. Ich hab die mal wieder zurückdeliportiert. Das frag ich die mal. Das frag ich die mal, wenn wir hier fertig sind. Das stimmt. Ach, ich seh jetzt die Kommentare schon. Oh, Kohle. Yay. Ja, ich baue auch grad Kohle ab. Das hat sich auch mal gelohnt. Weil auch wenn, wenn man Kohle reproduzieren kann, ist es immer gut, ein bisschen was... Na toll, Lapis. Das, äh, ziemlich unnötigste, was es, äh, gibt. Oh. Oh. Lapis oder Lapislazuli, ist das das gleiche? Ja, das ist das gleiche. Hm. Obwohl, man braucht es ja mittlerweile zum Verzaubern, ähm, als Ressource. Ah, das kenne ich mir nicht aus. Oh, ähm, jetzt ist das Licht ausgegangen. So. Mist, ich hab keine Schaufel. Und hier ist Erde. Ja, blöd. Warte, ich helfe. Ach, da bist du ja, Mensch. Aber wieso stoßen wir hier denn jetzt auf Erde? Wir sind doch eigentlich schon voll tief darin. Naja, es gibt so eine Zwischenschicht, wo nochmal Erde, ähm... Aha, wir haben die Zwischenschicht erreicht. Wow. Ey, geh doch mal aus mir raus. That's what she said. Meine letzte Fackel. Als Frau darf ich solche Witze eigentlich gar nicht machen. Was ist denn los mit mir? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh mein Gott, das Internet hat mich verdorben. Haha. Enough Internet for today. Wieder gestern. Halbe Stunde und schon auf die ersten Witzsache. Ich weiß es gar nicht. Ja, also die Uhr zeigt eine halbe Stunde plus sagen wir nochmal 10 Minuten von dem Anfang. Ich finde hier übrigens ganz viel Eisen. Ganz viel, das ist gut. Oh, Gold. Ja, Gold ist das ziemlich nutzloseste. Lass mich, ich habe Gold gefunden. Ja, brav, du hast Gold gefunden. Ich brauche Fackeln. Wobei, ich kann mir doch selber welche herstellen. Ja, Kohle haben wir hier jetzt noch ein bisschen. Ja. Das ist ganz gut, das ist, äh... Ja, Nachschub an... Ach du, mein Inventar ist voll. Ähm... Meins nicht. So, schmeiß ich mal den Cobblestone weg. Was soll ich denn damit? Ähm, was braucht man noch für Fackeln? Ach ja, Sticks, ne? Ja, Sticks und Kohle. Weil Fackeln muss ich mir auch mal wieder ein paar herstellen. Fackeln im Sturm. What? Naja, das ist, glaube ich, so eine Serie. Ah. Habe ich mal gehört. Habe ich gehört. Oh, Redstone. Yeah. Redstone ist immer gut. Fackeln, fackeln, fackeln. Wenn man denn mal, ähm, Schaltungen bauen möchte. Ich habe gehört, du willst gleich so eine schöne CPU bauen. Äh, äh, was? Hallo. Das war die Bestätigung. Hallo. Oh, Redstone. Mensch, da habe ich ja wieder was gefunden. Ja, ich habe schon ganz schön viel im Rucksack. Ja, buddeln wir jetzt in die Richtung weiter oder wo soll es hingehen? Ja, ich schaue einfach mal, bis die Spitzhacke kaputt ist, was jetzt ziemlich bald sein dürfte. Ich bin direkt hinter dir. So, und zwar jetzt. Und ich würde sagen, wir machen uns mal langsam auf den Heimweg. Ich habe 56, ähm, ähm, ich habe, doch warte, ich habe noch eine Spitzhacke. Was rede ich denn da? Also, ich habe noch eine Diamantspitzhacke. Ja, ich habe noch eine. Aber ich schaue leider, wenn du direkt vor mir bist. Ja, ich mache das schon. Hier ist Gold. Uh, hier ist Gold. Gold ist aber schon ziemlich nusslos. Jetzt lass mich doch. Ich bin der Ausleuchter. Mann, ich bin so sinnvoll. Was sind Sie vom Beruf? Ausleuchter. Hier ist schon wieder... Ach, das ist ja dieses Zeug, was auf Schwerkraft reagiert. Ja. Wieso baust du meine Fackeln ab? Warum nicht? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ach so, noch nicht, schade. Nein, wir machen jetzt einen Hohlraum. Okay. Das hat Qualitäten von meinem Kopfinneren. Okay. Cool. Machen wir. Mhm, alles klar. Ja. Hups. Ich packe hier mal noch eine Fackeln. Hab schon. Du bist für meine Arbeitsplätze weg. Da sucht er auch einen anderen Arbeitsplatz. Okay, dann bin ich jetzt Deckenbauer. Beckenbauer. Beckenbauer. Nein, Deckenbauer. Der Franz. Oh, um Gottes Willen. Oh, Redstone. Redstone. Jetzt haben wir irgendwie alles bis auf Diamanten. Das ist schade. Ich glaub, ich hab auch gar keine mehr. Ich bin mir ganz sicher. Aber die Höhle wär echt gut zum weitererkunden für die Zukunft. Hier lässt sich bestimmt noch einiges rausholen. Deswegen meine ich ja auch, wir müssen noch weiterbuddeln. Ja, aber irgendwann gehen uns die Spitzhacken aus. Beziehungsweise wir könnten einen Ofen bauen und uns hier unten versorgen. Das könnten wir machen. Und dann bauen wir uns hier einen Atombunker hin. Ist eigentlich eine gute Idee. Warte, was? Doch, das ist gut. Machen wir mal eben. Ich baue mal eben einen Ofen. Ich gucke mal weiter. Vielleicht sollten wir uns auf eine Ebene einigen. Ich würde sagen, die passt eigentlich ganz gut. Oh. Oh. Was ist das? Was denn? Hallo. Ich stecke hier in so ein Loch fest. Was ist das denn? Ich habe hier irgendwas. Warte mal. Ich baue das mal ab und gucke, was es ist. Ich habe mal das Loch zugemacht. Die könnte man ja runterfallen. Also es ist auf jeden Fall sehr hart. Und ich weiß bei diesem Textur-Impact leider nicht, was es ist. Aber ich finde es jetzt raus. Dann ist es wahrscheinlich entweder Bedrock oder es ist Obsidian. Bedrock kannst du nicht abbauen. Ah. Okay. Dann lasse ich das vielleicht einfach. Du könntest auch runterkommen und dir das angucken. Nein. Warum denn nicht? Warum sollte ich? Naja, vielleicht weil ich dir jetzt den Boden unter den Füßen weggrabe, damit du es machst. Nein. Das tust du nicht. Oh Mann. Oh, Wetzel. Oh, hier ist eine Höhle. Ein Höhlengeräusch. Ein Höhlenfauchen. Kannst du das eigentlich jetzt mittlerweile erkennen? Ich höre es mittlerweile raus, ja. Kleiner Insider. Sie wusste bis zum Ende ihres Let's Plays nicht, was ein Höhlengeräusch und ein Zombie-Grunzen ist. Oder was war das? Nein, das Zombie-Grunzen, das kannte ich. Aber dieses Grummeln von einer Höhle, das kannte ich nicht. Und da war ich immer ganz verängstigt. Und jedes Mal bin ich jetzt an der Höhle vorbeigelaufen, bin ich jetzt an der Höhle vorbeigelaufen. Oh, komm schon. Wenn man das alleine spielt, hat man keinen, der das erklärt. Hallo. Hihihi. 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 Dann stecke ich fest. Du kannst jetzt hier nicht alles abreißen. Ich muss ja doch irgendwie wieder rauskommen. Dann grab dich doch hoch. Hab ich doch gerade. Ja. Dann beschwerst du dich, dass ich alles abreiße. Ja, Mensch. Jetzt hab ich auch mal so einen komischen, nicht abbaubaren Block gesehen. Ja, das ist Bedrock. Wir sind am Ende der Welt. Genau, wenn du dich hier hinstellst. Am Ende der Welt. Ich hab das Ende der Welt entdeckt. Naja, von der Tiefe ja zumindest. Ey, das ist wohl gut. Boah. Aber wir haben immer noch keinen Diamant gefunden. Das ist irgendwie traurig. Ja, das ist ja traurig. Ich meine, am Ende der Welt und immer noch kein Diamant. Äh. Hm. Das hier baut man, glaube ich, besser mit einer Schaufel ab, ne? Ähm, Gravel, ja. Willst du das tun? Nicht mit der Spitzhacke. Naja. Naja, wir müssen ja in irgendeine Richtung weiter, ne? Weißt du wo? Wo, wo, wo? Wo denn? Da ist sie. Du hast sie gerade aufgehoben. Oh. Die lag da, wo du jetzt stehst. Hm. Hm. Ach Mensch. Guck an. So ein Zufall. Aber wir können uns jetzt erstmal Werkzeuge bauen. Ich hab jetzt hier einen Ofen hingestellt. Mhm. Sehr gut. Wetstone. Wetstone. Much wetstone. Mucho grande. Äh, ups. Ich muss aufhören, unseren Bunker hier abzubauen. Ja, irgendwie bist du ganz gut darin. Haha. Haha. Glenn, man baut das auf. Ich muss es wieder einreißen. Aber uns wird irgendwann das Holz ausgehen. Ähm, das ist das einzige, was uns jetzt hier in die Quere kommen könnte. Naja, ich hab ja noch, ich hab noch 26 Eichenholz. Na sowas. Ähm, was schmeiß ich denn weg? Äh, hier Gravel. Haha. Toll. Das, was ich hier grad mühsam abbaue. Ja. Schmeiß der einfach weg. Einmal den ganzen Kram muss ich echt mal abbauen hier. Ich schmelze jetzt mal unser komplettes Eisen und dann, äh, können wir eigentlich weitergehen. Das dauert einen Moment. Ja, ja, ich buddel hier währenddessen weiter wie so ein... Ja, was buddelt denn? Ein Maulwurf. Ich bin ein Maulwurf. Wie ne Irre. Na komm schon. Fehlt nur noch dein Bonanza, hä? Ja, aber das, äh, oh Gott, dass du dich daran auch noch erinnerst. Das verkneife ich mir jetzt. Mh, hm, hm. Nein, aus. Alles wird gut. Ich bräuchte eigentlich mal eine Richtung, in die ich graben soll. Ich bin gerade so ein bisschen planlos. Such dir eine aus, aber Hauptsache, du findest wieder zurück. Nicht, dass was Neues wäre, aber, ne? Ich grabe mal in die Richtung. Einfach mal stumpf geradeaus. Einfach mal schauen, was sich hier hinter verbirgt. Und während das Eisen schmilzt, hoffe ich doch. Oh, ich habe einen. Ach nee, ist kein Hochraum, schade. Nee. Hohlräume klingen hohl. Wirklich? So, jetzt bin ich ganz schlau. Jetzt buddel ich hier runter und dann baue ich mir einfach eine Leiter. Warum Holz verschwenden? Damit ich nicht hier immer so blöde Treppen bauen muss. Ja, aber du hast doch bestimmt einen Cobblestone, damit kannst du dich da hochkramen. Oh, was ist denn das? Ich bin schon wieder auf so eine unzerstörbare Steinschicht gestoßen. Ja, ja, wir sind ganz unten. Und immer noch kein Diamant. Ja, ganz unten angekommen. Ach Mensch. Die Messlatte des Niveaus. Warte mal. Ist das jetzt... Nee, das ist auch das Unzerstörbare. Das war Mist. Mist. Ja, ich möchte doch... Ach, jetzt kommen hier immer mehr von diesen blöden Steinen. Ich will doch jetzt endlich Diamant finden. Ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir auf diese Steine treffen? Nee, eigentlich nicht. Meine Spitzhacke ist kaputt. Dann bau dir eine neue. Oben ist doch Eisen und alles. Ja, aber ich stecke in einem Loch fest. Ich muss mich jetzt hier mit den Fäusten rausbuddeln. Wieso habe ich eigentlich Blumen im Inventar? Weil du in Damenbegleitung bist, natürlich. Die waren nicht für dich. Ich habe sie weggeschmissen. Oh, du bist so herzlos. Warte mal. Wo ist denn unser Bunker? Ach, da. Ich kann gar keine Leiter bauen. Toll. Warte, Eisenbarren? Nein, nicht aus Eisen. Weil ich hier unten keine Werkbank habe. Da oben ist doch eine. Ja, aber ich stecke doch hier unten fest, du Nuss. Ich bin keine Nuss. Doch, eine Waldus. Verdammt. Oh, jetzt komme ich wieder nach oben. Puh, das wäre ja fast schief gegangen. Ich bin irgendwo, wo Wasser ist. Also nicht hier. Okay. Wo bist du denn lang? Und Lava. Ich schwöre es. Ich habe gerade festgestellt, ich habe den kompletten Boden von unserem Bunker hier abgetragen. Warum sagst du denn nichts? Ey, du hast den kompletten Boden von dem Bunker abgetragen. Buddel und Buddel und Buddel und du sagst nicht mal irgendwas dazu. Oh, jetzt wird es gefährlich hier. Warte, ich mache den Boden mal wieder zu. Da unten ist ja eh nichts. Hier brodelt die Lava und ich weiß nicht, wo sie ist. Das kommt ganz schön gefährlich enden jetzt. Dum, 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 dum. Naja, wenn ich jetzt.